Und schon wieder ist dunkel geworden und da ich heute noch gar kein Fahrgeschäft gefahren bin, finde ich jetzt das höchste Zeit dafür. Und deshalb habe ich mir heute den Breakdance ausgesucht und da schaue ich jetzt hin. Ich bin jetzt beim Jörg, beim Besitzer. Servus. Hallo, grüß dich. So bei euch, da fühlt man sich ja gleich wie in Las Vegas mit den ganzen Bildern und den Lichtern. Habt ihr das Design selber entworfen? Ja, alles von meiner Frau. Ist kurz vor der Wiesn fertig geworden. Am Freitag ist es geliefert worden. Gott sei Dank, müssen wir sagen. Und wir sind mega stolz drauf. Das glaube ich. Und es ist ja ein ganz schönes Gedrehen bei euch. Da dreht sich die Scheibe und die Gondel auch noch. Da muss man einen ganz schön festen Magen haben, oder? Ja, eigentlich schon. Kommt drauf an, wie viel Mast man getrunken hat, ja. Also habt ihr es gehört, wenn es euch eh schon dreht, nach einem Zermast dann lieber nicht. Sagst du mir noch, wo ihr steht? Hier stehen Würzbodenstraße, Matthias Ecke, Matthias Schorlstraße gegenüber beim Skyfall. Ich steige jetzt gleich mal an und freue mich. Gutes Gelingen. Danke. Und es geht los. Wir beginnen die Fahrt mit dem Breakdance. Ich mag den ja sehr gern. Ich will schneller fahren. Ah! 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 Also hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Das hè Ah! Ah! Musik